Das bräuchte ich nicht. Jetzt bin ich wieder hier. Okay. Jetzt werde ich hier eben schnallen. Kugel ins Kopf. Und an das Adam, das sie bei sich tragen. Okay. Weitere... Weitere von uns noch ein Nudele System, um das Adam. Um ihn zu enthalten, muss er zuerst den Big... Big Daddy. What the fuck? What the fuck? What the... Alter, Alter, Alter. Das ist ja kein Big Daddy mehr. Das ist ja ein... What the fuck? Ah! Ich hatte die mal. Nein, nein, nein! Wo geht die jetzt hin? Das interessiert mich immer. Ja, wahrscheinlich. Bin ich hier. Was aktiviert sich dann? Ich muss jetzt in die Haie, Mr. Bubbles. Los, Kleine. Gott, das. Ja, was aktiviert sich jetzt? Ich hoffe, dass ich dafür nicht wieder eine Warnung kriege. Die liebe Musik, die hier läuft. Das wäre gerade ein bisschen blöd. Ähm. Was ist denn jetzt da? Wollt' ich noch gucken. Oh, einmal hier. Hey. Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt der Wirt. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tennenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. Okay, was ist das hier? Erhöht ihre maximale Gesundheit. Ähm. Was ist das hier mit? Deine maximale Gesundheit wurde erhöht. Du kannst mehr Treffer verkraften, ohne eine Wiederbelegungsstation aufzusuchen zu müssen. Auf-suchen zu müssen. Auf-zusuchen zu müssen. Okay. Das sieht man aber auch gleich, dass ich mehr habe. Bei dem letzten Verbandskasten, den ich finde. Hier war einer drin, ne? Ja. F. So, wieder vor den Verbandskasten. Okay, dann muss ich. Oh, shit. Was macht der denn hier? Was will der denn hier? Boah. Hey? Was wolltest du denn hier? Was hat der denn hier gemacht? Okay. Keine kleine Menge Eve. Weg. Hier gibt es mal jetzt schon, ne? Ey, Lamu. Okay. Guck mal, hier kann man wieder... ...entfinden. Ich kann nur mal eben zack und zack. Genug mit. Habe ich ehrlich genug mit? Okay, Kasse. Geld. Nochmal Geld. Hier. Die Spritze, die ich gerade gar nicht brauche. Hier nochmal durch. Bist du wieder am Notzugang? Melde dich, sobald du ihn erreichst. Ryan hat dich bemerkt und wird dich im Auge behalten. Du wirst ihn nicht kommen hören. Er ist da, bevor du es weißt. Okay, da vorne ist einer. Ähm. Denk ich muss hier runter. Ich nehme die mal in der Hand. Oh shit. Nein. Wer bist du? Jetzt komm hier hin. Virusbeißer. Kissen mit Granaten ist leer. Toll. Das ist ja tip top super. Was kann ich hier machen? Kann ich kaputt machen. Er braucht nicht. Existente. Oh, Alter. Oder so. Ähm. Leiche. Wo ist denn jetzt hin? Muss ich wieder hier hoch? Ah, warte. Sicherheitsalarm deaktiviert. Danke für Ihr Verständnis. Du hörst zwar nicht weh, aber du hast es geschafft. Lohm jetzt rüber nach Port Neptune. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Ich mich auch. Okay, dann erstmal hier wieder in die Tauchkugel. Neptunes Bounty, denke ich mal. Neptunes Bounty. Wie viele Daten werden geladen. Wenn deine Plasmini ihre Weizungkeit gegen stärkere Fände verlieren, habe ich keinen Plan, was da passiert. Ja, ich stehe mir auch in der Links drin. Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen. Er hat das alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der es zerstört. Niemand weiß, was genau passiert ist. Vielleicht ist er durchgedreht. Vielleicht ist sich die Macht zu kommen gestehen. Vielleicht hätte er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen. Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Dort treffen wir uns. Okay, Genbank. Ah, cool. Hier kann ich es also machen. Ähm. Wie kann ich das dritte weiterführen? Oder habe ich hier eine Genbank? Ähm. Wer hat das hier einmal? Nein, kann ich nicht. Hier kann ich auch nichts zufügen. Ich lasse aber erstmal das liebe... Oder was bringt das denn jetzt? Wenn du getroffen wirst, gibt es eine elektronische Schraube... Eine Chance zu reinzulernen. Das ist hier schon eine neue Entwicklung. Okay. Okay. Okay, ich lasse es erstmal so. Der liebe Hobbit25 hat gerade das Display gegrüßt. Nur so gesagt. Okay. Warum leckt das gerade so? Das ist ja ekelhaft. Willkommen im Zirkus der Welt. Boah, da denke ich mir nur, dass es so leckt. Der ist ein toter Taucher, denke ich mal. Das leckt aber ehrlich gerade. Das ist nicht nur so ein bisschen. Okay. Scheiß drauf. Ich werde es eben weitermachen hier. Das Ding geht auf jeden Fall nicht kaputt. Ohne ehrlich, die Splicer. Okay. So, wie für einen Splicer. Franz Kasten. So. Ich weiß nicht, sie kann auch wieder runtergehen. Ja, ich weiß, wie ich meine Waffen nachmachen kann. Eilung. Eilung. Ah, hier kann ich, hier könnte wieder eine Little Sister reinkommen. No, deswegen. Mal so. Komm hier hin. Komm hier hin. Nein. Aua, aua, aua. Und es ist mir weh. Ach. Komm mal. Yes. Irgendeine Pistole. Oh, hier ein Rosie. Ich mach ehrlich mal wieder retten. Immer der nette Guy. Für Mission Balls Guy. Oh, nee. Du bist sehr gütig zu meinem Kleinen. Aber bist du wirklich ein Freund? Will er noch sein. Eine der Kleinen bringt dir ein Geschenk zum Zeichen unserer Dankbarkeit. Das ist so unterfrischt. Tenenbaum möchte dich belohnen. Diese Belohnung steckt in einem Teddybär, den ich nun gar... Schön. Wo bist du hin? Das ist immer interessant, wo nicht hingehen. Oh, Dore. Dore? Egal. Kannst du mich auch in Ruhe lassen, ne? Lass das kleine Mädchen noch in Ruhe. Alter. Nö, juckt mich nicht. Ey. Diesen Fisch kann ich hier noch nicht. Nein, kann ich nicht. Ähm. Hier hab ich keine Munition mehr. Hier hab ich nur sechs, aber das ist auch nicht mehr viel. Ich hätte mir Munition kaufen sollen. Hier auch noch lang. Level-Jibs. Muss ich mal wieder heilen. Okay. Kein Problem. What the fuck? What the fuck? Da war da grad'n schwarzer Balken. Schon wieder. Sterb doch. Okay. Wow. Die Fresse. Du noch langes kleines Stück Dreck, ey. Komm hier hin. Ja. Hä? Scheiß Splicer. Hattest du vergessen, die Ollen. Alter, es leckt aber wie Sau gerade. Bei mir. Ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme so doll leckt wie hier. Willkommen im Zirkus der Welt. Okay, ich kaufe mir erst mal. Ähm. Schrot. Nochmal Schrot. Ein paar Pistolenkugel. Ein paar Panzerbrechen. Und das war's dann auch. Ähm. Aber vorher gehe ich da oben, was die Liebe, ähm. Liebe Dings wieder hinterlassen hat. Geschenk. Oh, 200 Adam. Lose. Hyp. No. Sorry. Fick dich. Glückwunsch. Du hast die erste Belohnung von Ten Boom für Rettung einer Little Sister gefunden. Brauchen. Brauchen sie einen Bodyguard für alle Notfälle? Und der neue Hypno. Teats. Plasmid. Will einen Big Daddy täuschen, sodass sie schützt, als wäre sie eine Little Sister. Ähm. Telekinesen und Electro-Boat. Beschreibung. Ähm. Ich denke mal, dass ich das brauchen werde, weil sonst würde ich das jetzt nicht kriegen. Und deswegen benutze ich das mal für... Was hier? Rufen sie Big Daddy zu Hilfe. Er muss sie nur für eine Little Sister halten. Dann kämpft er, um sie zu schützen. Äh. Wie sieht ich denn aus? Dankeschön. Gather Garden Automat. Okay. Tempo-Hacker. Riesgeschwindigkeit beim Hacken. Äh. Kamera-Geschütze verfügt. Oh. Oder denn? Äh. Zorn. Sonic Boom. Schleuert. Kreaturen. Äh. Plasmid Slot. Endlich. Hello. Dankeschön. Plasmid. Wenn du Plasmid. Bla bla bla. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zu erweitern? So. Können wir sogar noch einkaufen. Natürlich dann einen anderen. Und mehr kann ich mir nicht kaufen. Könnte ich wohl, aber mache ich jetzt nicht. Oder kann ich nicht? Ziel-Dummy erzeugt einen Köder. Von ihnen wegblockt. Winter Blast. Lass seinen Gegner. Und schnell einfrieren. So. Freuen. Würden mir gefallen. Ähm. Winter Blast. Nicht das? Ähm.